Hallo, hallo, ja, das ist Cinemascope, ein großes Kino. Das waren alles eher Komödien, die in Deutschland erfolgreich waren die letzten Jahren. Kleine Eier. Frauen sind was Wunderbares. Ähm, was ist das? Stadtgespräch. I have a dream. Ende des Prager Frühlings. Jim Morrison und die DOS. Die zehnköpfige Horror-Kommune. Apo, Demos, Aufstand der Studenten. Musik. 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 Man setzte erstmals Fantasie gegen Einfallslosigkeit, man setzte Farbe gegen tristes Grau, man spielte mit den Materialien, man glaubte, alles sei formbar, alles sei machbar. Glauben an Veränderbarkeit, glauben an Zukunft. War auch ziemlich viel Verlusten. Wir haben keinen Krach. Du mit deinen kleinen Schweineaugen, das geht natürlich überhaupt nicht. Du musst erstens mal blond sein, da gibt es schöne helle Augen, die so weit auseinander stehen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin chaotisch, manchmal laut, manchmal sehr, ich bin ein ganz normaler Mann. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir ein Wirklichkeitsbewusstsein erhalten. Wirklichkeits Ich heiße Franziska Schenk als Schnellläuferin, 1,73 groß, meistens wiege ich 67 Kilo, manchmal leider etwas mehr. Meine größten Erfolge ist eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen im Winterhammer. 1997 bin ich Weltmeisterin und für Nagano wäre es auch ganz schön, wenn ich mit einer Medaille wieder nach Hause kommen würde. Das Hine-Glatzsagen kann ich sehen und ich habe auch einen, Sie sehen das normalerweise nicht, weil ich ein Stück größer bin. Wenn Sie es so bringen, vom Staatsvermögen. Das ist falsch. Das wird ja gleich, wie das rauskommt. Das ist nicht so schlimm. Privatfernsehen, ab nächster Woche wieder, freitags nach dem Bericht aus Bord. Bis zum nächsten Mal.